Boudidon, 32 Cards, 4 Wände. Beginnen mit rechts, 2 Schritte vor, Schritt, Schritt, zweimal Kick, 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 zurück, Touch, Schritt vor, Viertel, Hitch. Sektion 2, ein Gräber, Seite, Hinten, Seite, Touch, dann in die Diagnale, vor, dazu, vor, Tipp. Nächste, kommen wir an Rück, Klapp, Rück, Klapp, Rück, Rück, Schließen, Vor, Schließen. Lächste, kommen wir an, Point, dazu, Point, dazu, Heelswitches, die Ferse und Ferse und Ferse. Einmal geht direkt. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danke schön, viel Spaß.